Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und neben mir sitzt eine Electrified Woman, Nasilla, meine Frau. Hallo. Kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Video. Und wie ihr vielleicht seht, sitzen wir heute in einem Honda e, den hatten wir ja schon mal, oder ich, ich habe den ja schon mal Probe gefahren. Jetzt hat uns das Autohaus Hamdierx aus Oldenburg den Wagen nochmal für ein Wochenende kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ganz besonders herzlichen Dank an Herrn Klein. Und wir möchten jetzt mal ausprobieren, ist es eigentlich wirklich nur ein Auto für die Stadt oder kann man damit auch Mittelstrecken machen? Deswegen wollen wir heute von der einen Hansestadt in die andere Hansestadt, nämlich von Bremen, das ist die eine Hansestadt, nach Hamburg, das ist die andere Hansestadt. Und zwar sind das hin und zurück 250 Kilometer roundabout. Das werden wir natürlich niemals mit einer Akkuladung schaffen. Das geht ja auch über die A1 und da fahren wir natürlich nicht 80, sondern eher so 120 mit diesem Auto. Das heißt, wir müssen irgendwo laden. Das werden wir hoffentlich dann in Hamburg machen, wenn wir dort ein bisschen shoppen oder einen Kaffee trinken gehen. Und wie das Ganze funktioniert mit diesem Auto und ob das Navi uns vernünftig leitet, ob es uns Ladestationen vorschlägt, die auch vorhanden sind, das probieren wir heute aus. Und da das natürlich ein klassisches Frauenauto ist, fährt natürlich eine Silla, meine Frau. Und sie wird euch quasi dann mal erzählen, was sie von der ganzen Sache hält. Unbedingt, das mache ich. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ja, den kleinen Schlitzer. Okay, dann geht's jetzt los. Bleibt dran. So, wir haben noch 98 Prozent im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 186 Kilometer. Das heißt, bis nach Hamburg eine Tour sollten wir es locker schaffen. Das sind 125 Kilometer von hier aus über die Autobahn A1. Dann würde ich mal sagen, programmieren wir das Navi. Rotenbaum Chassis 60, da wollen wir hin. Rotenbaum Chassis 60, Hamburg, Hamburg. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Okay, los geht's. So, wir haben noch 100 Kilometer zu fahren und die Reichweite ist abgeschmolzen auf 150 Kilometer. Es war natürlich klar, wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von rund 20 Kilowattstunden auf 100. Fahren da, wo es geht, 120. Der Verkehr ist ein bisschen dicht, aber geht eigentlich noch. Wetter ist jetzt auch schön. Tatsächlich, wenn wir eine Fahrt machen, kein Regen. Also, du fährst, klar. Wenn die Frau fährt, ist trotz. Wir haben jetzt rund 50 Kilometer schon gefahren und haben noch 74 Kilometer vor uns und noch eine Restreichweite von 119. Das heißt, sie schmilzt natürlich noch ein bisschen. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir in Hamburg angekommen sind, noch 20 Kilometer Rest haben. Das sind dann vielleicht noch zehn Prozent im Akku oder 15 Prozent. Viel mehr wird es nicht sein. Aktueller Akkustand ist 69 Prozent. Aber wir fahren immer schön 120, wobei du jetzt langsamer fährst. Aber wir wollen auf jeden Fall 120 fahren. Ja, 120 ist eine Geschwindigkeit, die in der Silla irgendwie nicht fahren kann. Entweder fährt sie zu schnell oder zu langsam. Aber 120 genau geht irgendwie nicht. 127. Die anderen schießen alle in einem vorbei. Ja gut, das sind diese SUVs, diese mit diesem Verbrennungsmotor. Da können wir nicht mithalten. Wir haben halt nur einen kleinen Akku. Wir müssen sehen, dass wir mit unserer minimalen Energie, die drei Liter Benzin entspricht oder Diesel, dass wir damit irgendwie möglichst sparsam haushalten. Das ist halt so. Die mit ihren 60 Liter Tanks, die können sich das leisten. Wir nicht. Wir müssen die mit unserer Kiste enthäen genießen. Ich bin ein wenig- viele, bis jetzt die mit unserer Kiste. Ich weiß nicht, dass wir nicht einschränkt. Ich bin ein accomplishes das gemacht. Ich glaube, wir sind ein wenig. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein sehr gut. Jetzt sind wir 75 Kilometer rund unterwegs und haben noch 90 Kilometer Restreichweite, ist also völlig entspannt, weil es sind bloß noch 42 Kilometer bis nach Hamburg in die Innenstadt. Das heißt, wir haben so ungefähr 40 bis 50 Kilometer Rest am Ende. Jetzt haben wir 54 Prozent noch im Akku. 18,8 Kilowattstunden Grad der Durchschnittsverbrauch. Wir haben durchschnittlich fahren wir so 120, da wo es geht. Manchmal ist der Verkehr auch ein bisschen dichter, da müssen wir langsamer fahren. Ist aber soweit völlig entspannt. Leider haben wir gerade mal geguckt, ob man hier in dem Auto und im Navi die Ladestation sich anzeigen lassen kann. Aber irgendwie hat er die SIM-Karte nicht oder was auch immer. Keine Verbindung zum Server zeigt er an. Das ist aber nur dieses Auto für die Probefahrt scheinbar. Ich denke mal, wenn ihr dieses Auto kauft, dann wird das schon funktionieren. Hier geht es leider im Moment nicht. Das heißt Ladestation, Suche muss ich dann mit meinem Smartphone machen. Aber ich weiß ja schon in Hamburg, wo ich hin will. Da ist ein Triple Charger am roten Baum. Da schließen wir uns an mit 50 kW. Mehr kann der hier eh nicht, der Honda. Von daher reicht das locker. So, wir nähern uns Hamburg. Wir haben noch 30 Kilometer vor uns, also rund 95 Kilometer gefahren, 64 Kilometer Restreichweite und noch 40 Prozent im Akku. Aber gut, die Fahrt war total problemlos. Wetter war auch sehr schön, also es war total angenehm zu fahren. Oder was sagst du? Ja, super schön. Fährt sich auch gut. Hervorbar. Assistenzsysteme funktionieren. Ja, Schildererkennung ist toll. Urhalterassistent geht. Verbrauch hält sich mit 18,7 Kilowattstunden. Noch so im Rahmen, ich würde mal sagen, mein Tesla wäre bei dem Wetter wahrscheinlich effizienter. Er würde weniger verbrauchen als der Hyundai. Da habe ich jetzt ein bisschen bessere Werte erwartet, ehrlich gesagt. Aber es ist so, dass man auch mit 120 hier auf der A1 tatsächlich irgendwie schon mit dem Verkehr mitschwimmt. Also es gibt natürlich welche, die rasen an einem vorbei. So für die paar Minuten, wo man ein bisschen frei ist. Aber in der Regel eigentlich schwimmt man nur mit. Oder hast du das Gefühl, du bist jetzt irgendwie langsam gewesen? Nein, man hat ja auch gar keine Möglichkeit hier. Du hast Baustellen, der dichte Verkehr und sowieso Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel 100. Genau. Aber wir können die nicht mal fahren, weil es einfach zu dicht ist. Also auch mit dem Tesla wäre ich jetzt genauso gefahren, nicht anders. Ja, wir sind jetzt 50 Minuten unterwegs und haben jetzt gerade mal so die 100 Kilometer geschafft. Das heißt, schon eine Durchschnittsgeschwindigkeit über 100. Das ist schon mal ganz gut. Aber auf der A1 Richtung Hamburg kommt man eigentlich kaum in die Verlegenheit, dass man mal so richtig Gas geben kann. Wenn dann ist das immer nur ein paar Kilometer. Von daher ist so ein kleiner Wagen bei der Geschwindigkeit eigentlich keine Verschlechterung, sage ich mal. Zumindest nicht, was die Reisegeschwindigkeit angeht. So, wir stehen jetzt hier 40 Minuten, haben einen Kaffee getrunken, haben jetzt 93 Prozent im Akku, sind von 29 gekommen. 30, 60, 64 Prozent, also in 40 Minuten knapp geladen, sind 20 Kilowattstunden genau. Das heißt, wir stehen jetzt hier noch, also wir warten, dass er so bei 98, 99 Prozent ist. Das wird noch so fünf bis sieben Minuten dauern. Dann verlassen wir hier diesen Lada. Die ersten fuhren auch schon an und fragten, wann wir fertig sind hier in Hamburg. Wie gesagt, noch fünf Minuten. Das war ein bisschen der Renault Zoe. Und dann fahren wir irgendwie in die Innenstadt auf einen normalen Parkplatz oder ins Parkhaus irgendwo an die Alster und dann gehen wir ein bisschen schlendern. Zuhause, das war ihm. Das war ihm. Und dann steht es jetzt hier ein bisschen weit, was wir, was wir brauchen? Wir kommen da jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 so Hamburg war schön aber stressig voll Abstandsregel war schwierig einzuhalten musstest du auch in der Fußgängerzone Masken tragen wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause wir haben noch 92% im Akku und natürlich wieder 120 km vor uns wir werden jetzt ein bisschen schneller fahren weil wir in Ostetal nochmal Arjonity ausprobieren wollen denn ich will mal sehen was für eine Ladeleistung mir da angezeigt wird das ist von hier aus 40 km glaube ich das heißt, du kannst ruhig 130 km fahren auch 140 km wenn der Waren nicht schafft unbedingt ich guck mal was der so und mal sehen was er dann so verbraucht das war gerade ziemlich lustig in der Innenstadt in Hamburg an der Ampel stand da so ein Land Rover Hybrid neben uns und daneben die Frau kurbelte sofort die Scheibe runter und machte mir den Daumen hoch und meinte was ist das denn ist das voll elektrisch das ist ja geil und was ist das für ein Auto und total begeistert die war schwer begeistert von dem kleinen Honda hier und dann sind wir ihn auch noch an der Ampel natürlich deutlich weggefahren weil wir ja so schnell unterwegs sind mit dem kleinen Ding hier in einem Kilometer links halten und auf die A1 fahren ja, machen wir Vollgas, Vollstrom, 150 da ist er noch geregelt der geht leider nicht das hält sich aber sehr ruhig interessant ist dass ich hier durch diese beiden Monitore hier auf der einen Seite des Honda eigenen Navi und auf der anderen Seite des Apple CarPlay Navi von meinem Handy laufen lassen kann oder Google Maps zum Beispiel und man sieht so ein bisschen auch wo die Unterschiede in der Zielführung sind und auch wie genau die Ansagen sind gerade wieder so ein Honda Moment irgendwie auf der Autobahn die Leute fahren neben uns auf der linken Spur und glotzen hier rein machen hier den so, was ist das denn für ein Auto hier diese riesen Displaywand das haben wir natürlich noch nie gesehen ja das ist schon witzig aber mit breiten Grinsen ja das Auto macht irgendwie gute Laune selbst wenn man den nur anguckt so, es wurde mir gesagt also die Säule wurde neu gestartet prophylaktisch aber ich glaube das ist es nicht sondern es ist immer wieder das Verbindungsproblem von dem Stecker der irgendwie dadurch dass der so ein Megatrumm ist und so schwer ist und dadurch dass der jetzt bei den Honda so waagerecht ist hat der dann irgendwie durch das Eigengewicht keinen richtigen Kontakt also ich soll den Stecker jetzt für 30 Sekunden oder 20 Sekunden nach oben drücken damit der die Kommunikation aufnehmen kann ja im Jahre 2020 muss man manuell Hand anlegen um CCS Ladestecker 20 Sekunden ans Auto zu drücken sonst funktioniert das nicht das ist doch mal Technik die begeistert ja jetzt lädt er also ich lasse ich mal los jawohl ja jetzt können wir mal sehen wie weit er hoch kommt bei 55% 42% ja das ist ja nicht die Welt 42 kW so also Honda Ionity Ionity Stecker sind nicht für den Honda Ladeport da hinten konstruiert durch die Schwerkraft und durch die Massivität dieses Ionity Steckers kann der das einfache reinstecken und loslassen keine vernünftige Kommunikation mit der Ladesäule aufbauen sondern man muss wirklich 20-30 Sekunden den Stecker mit Kraft in den Ladeport drücken ich muss zugeben das ist unwürdig Ionity absolut unwürdig schaut euch doch mal die Ladestecker von den neuen Tesla V3 Superchargern an wie leicht die sind wie klein die sind die können 250 kW laden warum kriegt ihr das nicht hin ich verstehe das nicht so kann es doch nicht gehen Leute ich kann doch nicht mit einem 30.000 Euro nagelneuen Elektroauto wenn ich laden will den Stecker 30 Sekunden lang von Hand in den Ladeport drücken müssen damit ihr mal euren Ladeprozess starten könnt unwürdig ja bei 77% bricht er plötzlich ein von 31 auf 19 kW also Zeit abzuklären ja die üblichen Probleme mit Ionity mal wieder aber wir konnten sie zum lösen durch manuelles Handanlegen an den CCS Steckern aber jetzt fahren wir nach Hause da hinten sieht es auch ziemlich schwarz aus ja die kriegen den Regen dass wir wieder Regen kriegen wäre doch gelacht wenn wir das nicht hinbekämen so endlich wieder gewohnte Zustände und wie war die Fahrt? ja schade ist schon wieder vorbei ja schon wieder vorbei wir hatten ja wieder am Ende total beschissenes Wetter aber das gehört sicher so bei unseren Fahrten oder zumindest bei meinen Fahrten ja ihr habt gesehen wie es gelaufen ist also wir sind 248 Kilometer gefahren und hatten bei der gesamten Tour dann einen Durchschnittsverbrauch von 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und wir wären im Prinzip mit dem einmal Vollladen in Hamburg auch wieder zurückgekommen wollten aber dann trotzdem nochmal bei Ionity probieren was da rausgekommen ist habt ihr ja gesehen ja also letztendlich zwar mit Erfolg aber zu welchem Preis also das ist ja nun naja bildet euch selbst euer Urteil jedenfalls ich kann sagen dass ich diesen Honda e nun mit ganz anderen Augen sehe als vorher bei meiner ersten Probefahrt ich finde den Wagen noch besser als vorher abgesehen davon dass der einfach ein wahnsinniger Blickfang ist man wird ständig darauf angesprochen die Leute gucken wenn die dran vorbeifahren und selbst dieses eine Erlebnis in der Stadt das sagt ja auch Bände dass die Leute die Scheibe runterkurbeln und fragen was das denn für ein tolles Auto ist ja interessant ja also wäre ein Auto für dich oder ach ich mag es total gerne ja hat einen Nachteil der Preis also ich finde leider trotzdem den Preis für dieses Auto selbst mit den 9000 Euro Förderung einfach viel zu hoch wenn Honda den noch in den Griff kriegt und den senken kann dann ist es ein richtiges tolles Auto so ist es einfach zu teuer finde ich auch wenn es Spaß macht aber die Frage ist was ist es einem wert ein bisschen mehr drauf gezahlt und man hat ein Model 3 oder der ID.3 ist sogar günstiger ohne dass man was drauf zahlen muss im Gegenteil man spart sogar noch was also schade eigentlich naja ok Fazit Mittelstreckenauto kein Problem und bei der Ladeleistung hier man ist in 40 Minuten spätestens wieder weg bei knapp 80% das geht also man muss ein bisschen Zeit mitbringen aber letztendlich hat der Wagen halt nur eine kleine Batterie 150 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 120 geht zumindest im Sommer wir hatten jetzt heute 17 Grad Wetter war jetzt nicht ganz optimal aber im Winter wird das natürlich wieder ein bisschen weniger ja von daher Fazit ein tolles Auto tolles Auto tolles Auto echt macht Spaß also ich hoffe das Video hat euch gefallen schön dass ihr uns begleitet habt und gebt mir einen Daumen nach oben und nicht vergessen Kanal abonnieren bis zum nächsten Mal macht's gut ciao 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 ciao